Entspannt schritte durch die Nocturngasse, die Kapuze seines edlen Umhangs hing ihm ins Gesicht, aber ließ gerade noch so erahnen, wen das Ungeziefer hier vor sich hatte. Die Bewohner dieser Gasse kannten ihn nur zu gut aus seiner Zeit unter Voldemort und erschaffte es, sich hier einen respektsanflößenden Namen zu machen. Lucius suchte zielgerichtet sein Stammlokal Borgen & Berks auf. Er hatte hier mal mehr als sonst wo Zeit verbracht, fast kam ihm der verstaubte Shop wie ein Zuhause vor. Eines, das so viel dunkle Magie ausstrahlte, dass Lucius wenige Augenblicke darin eintauchen konnte und das angenehme Summen und Kribbeln auf seiner Haut genießen konnte. Er war wahrlich kein Krieger des Lichts, ganz im Gegenteil zu der Person, wegen der er heute hier war und die ihm nach und nach immer wichtiger zu werden schien, auch wenn er es nicht erklären konnte und nicht wollte. Solange er sich logische Erklärungen verwirrte, konnte er es als eine Illusion, nicht real, abtun. Borgen eilte aus dem Hinterraum zu ihm und beugte sich tief vor. Mr. Malfoy, was kann ich für Sie tun? Lucius quittierte seine Unterwürfigkeit mit einem abwertenden Blick. Ich bin wegen einer sehr speziellen Angelegenheit hier, Hendrik. Lucius kannte Borgen seit seiner Kindheit. Er war einst ein enger Freund der Familie und nannte ihn beim Vornamen, um ihn genau an diese Tatsache zu erinnern. Er sollte stets im Hinterkopf haben, dass als Freund der Familie von ihm Loyalität und die besten Dienste erwartet wurden. Lucius holte die hochwertige Schatulle hervor und klappte sie vor Borgens auf. Der Collier lag funkelnd darin und Borgens Augen weiterten sich vor Gier. Ein Prachtexemplar, das sicher bei einer Veräußerung eine Menge Gold einbringen konnte, aber dies sollte nicht der Zweck dieses Edelstücks werden. Hendrik, dieses Schmuckstück soll mit einem Fluch belegt werden und ich habe gehofft, in dieser Angelegenheit auf dich zählen zu können. Lucius sprach mit gedämpfter Stimme. Borgen schaute abwechselnd ihn und das Schmuckstück skeptisch an. Nun, es ließe sich einiges machen. Es kommt auf den Zweck des Fluches an. Lucius senkte seinen Kopf weiter in die Richtung Borgen und flüsserte. Die Trägerin sollte nichts davon spüren. Die Magie soll eher gegen andere wirken. Er blieb absichtlich vage, um zu sehen, worauf Borgen von alleine zuerst kam. Nun, Mr. Malfoy, Lucius, es gibt viele Zauber, die anderen schaden und den Träger schützen. Lucius zog eine Augenbraue in die Höhe. Sie nährten sich an. Es gibt da einen Zauber, in der Tat, begann Lucius. Apollakti zu. Hendricks Augen weiterden sich. Nervös biss er sich auf die Lippen. Nun, es ist in der Tat ein sehr dunkler Zauber, tiefste schwarze Magie, aber er könnte auch der Trägerin schaden, wenn sie es wünscht. Lucius lachte leise. Ja, das könnte er. Die Trägerin hat es aber nicht zu wünschen. Zusätzlich soll er sie natürlich vor allen gewaltsamen Übergriffen schützen. Davon ausgenommen ist die Familie Malfoy. Man könnte es als Schutzzauber auslegen. Borgen nickte eifrig. Ich könnte den Fluch in die Kette schließen. Er kratzte sich am Hinterkopf. Jetzt sofort, wies Lucius ihn an. Er hatte vor, noch heute Hermine die Kette zu schenken. Ein Geschenk, für das sie mir eines Tages noch dankbar sein wird. Lucius verließ Borgen und Berks und eilte durch die Gasse hinaus. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie eine kleine Gestalt mit tief gesenktem Kopf aus einem kleinen Seitenpfad hinaus lief und nah an der Seitenwand aus der Gasse hinaus eilte. Eine rote Strähne blitzte aus der tiefen Kapuze hervor. Annabelle kam ihm sofort in den Sinn. Sofort verweiften er Gedanken an die rotheirige Schönheit. Niemals würde sie einen Fuß in dieses Dreckloch setzen und aus unerfindlichen Gründen fühlte er Lucius sich schuldig, an sie zu denken. Wahrscheinlich, weil er Hermines Abneigung gegen sie kannte. Hermine, um sie ging es doch die ganze Zeit. Sie wurde zu seinem Fixpunkt in den letzten Wochen. Sie war der Grund, warum er hier war. Er grinste in sich hinein. Heute würde er sie wieder ein Stückchen an sich binden. Hermine drehte sich vor dem botentiefen Spiegel hin und her und begutachtete sich selbst in dem Kleid, was Lucius ihr geschickt hatte. Die schwarze Seide umschmeichelte ihre runden Hüften und ein Schlitz zog sich hoch bis zu ihrem rechten Oberschenkel. Die Spaghetti-Träger betonten ihre zarten Schultern und ihre nun volleren Brüste kamen gut zur Geltung. Hermine fühlte sich schön. Sie nahm ein paar Diamanteohrringe, die sie in ihrem begehbaren Kleiderschrank in ihren Ehegemärchen finden konnte und ein schmales, funkelndes Armband dazu. Gerade als sie in ihre feine Sandalen reinschlüpfte, erschien ein Elf in ihrem Zimmer. »Master Lucius lässt Bilby ausrichten, dass Mrs. Amina erwartet wird.« Und so verschwand der Elf wieder. Ihre Aufregung stieg. Was hatte Lucius heute geplant? Sie fühlte ihren Herzschlag beschleunigen und ihre Handflächen wurden vor Nervosität ganz feucht. Sie fühlte sich in ihr viertes Jahr beim Juhlball mit Viktor krumm versetzt. Nur dass das hier Lucius Malfoy war und kein pubertierender Quidditch-Star. Illegant schritt sie die Treppen hinab und betrat den Damensalon. Das Licht war gedimmt und lediglich der Kamin und wenige Kerzen hier und da spendeten zahnaftes Licht. In der Mitte stand ein kleiner, runder Tisch, komplett bedeckt mit Kerzen in der Mitte. Ihr Herz machte einen Hüpfer. Wer hätte gedacht, der alte Malfoy sei ein solcher Romantiker? Eine Hand an ihrem unteren Rücken ließ sie aus ihrer Betrachtung hochschrecken und sie zog leicht zusammen. Lucius beugte sich zu ihr hinab, seine Haarspitzen kitzelten ihre Schulter. Warum so schreckhaft, liebste Hermine? Seine vibrierende Stimme sandte Wellen in tiefere Regionen, dabei waren sie noch nicht einmal bei der Vorspeise. Hermine ließ sich von ihm zum Tisch dirigieren und nahm Platz. Aus neugierigen Augen sah sie ihn an. Du siehst bezaubernd aus, Hermine, sprach er mit tiefer Stimme und eine sanfte Röte breitete sich über ihr Gesicht aus, was ihn tief küchen ließ. Verdammt! Warum benehm ich mich wie ein Schulmädchen? Du siehst selbst nicht schlecht aus, Lucius, gab sie flirternd zurück und Lucius lachte ehrlich auf. Danke, meine Liebe, bedankte er sich mit einem ehrlich amüsierten Glitzern in den Augen. Die Gläser füllten sich von selbst mit feinem Elfenwein auf und die Vorspeise, Pilzcremesuppe mit Rucola und Walnüssen, erschien vor ihnen. Sie duftete köstlich, aber Hermine fühlte sich zu nervös und das hier in vollen Zügen zu genießen. Es fühlte sich an wie ein richtiges Date à la Lucius Malfoy. Beide aßen erst schweigend und Lucius stellte hier und da Fragen, bis sie sich nach dem dritten Weinglas locker genug fühlte, um eine entspannte Unterhaltung zu führen. Die Hauptspeise war genauso köstlich und Hermine wollte am liebsten immer mehr probieren, während Lucius sie ab und an mit einem analysierenden Blick musterte. Hermine wusste, sie sollte sich bei einem Malfoy nicht entspannen, denn nichts wurde hier ohne Hintergedanken gemacht. Und langsam fragte sie sich, welchen Zweck dieses Essen hier wohl hatte. Sie zweifelte daran, dass Lucius sich so ins Zeug legte, nur um ein Date mit ihr zu genießen, obwohl er sie doch zu jeder Zeit mit weit weniger Mühe in seinem Bett haben konnte. Er beobachtete sie über sein Weinglas hinweg. Hermine kücherte über etwas, was er gesagt hatte und er wusste es selbst nicht einmal mehr. Die selbst abfüllenden Gläser erfüllten in jeglicher Hinsicht ihren Zweck. Hermine sah entspannt aus und Lucius liebte eine entspannte Hermine. »Vielleicht mochte Draco sie nicht, weil sie immer so ernst und verschlossen war.« Er verpasste sich eine mentale Ohrfeige für diesen Gedanken. Draco hasste sie bereits seit der Schule und nun hasste er sie noch mehr, weil er ihm sie aufzwang und weil er es bereits am ersten Tag, als ihr Hippah, zu weit getrieben hatte. Lucius beschloss, dass es nun so weit war. Er streckte seine Hand nach ihrer aus und berührte leicht, aber deutlich genug ihre Fingerspitzen, um ihr Gänsehaut zu bescheren. Unglaublich, wie empfänglich sie für ihn war. Aber ganz anders als andere Frauen hatte sie es nicht auf sein Geld abgesehen. Eigentlich konnte er sogar erahnen, dass sie es gar nicht erst wollte. Sie war empfänglich für seine ehrlichen Gesten, nicht für den eingeübten Charm. Hermines Kichern stoppte und sie blickte ihn erwartungsvoll an. Lucius Mundwinkel hoben sich und sein Daumen strich beruhigend über ihren Handrücken. Mit einer eleganten Geste holte er die flache Schachtel aus der Innentasche seiner schwarzen, bestickten Jackett zervor und platzierte sie vor ihr. Ihre Augen verfolgten in Zeitlupe, wie Lucius die flache, blaue, mitsamtbezogene Schachtel über den Tisch in ihre Richtung schob. Hermine wusste nicht, welche Reaktion jetzt richtig wäre. Was sie aber wusste, war, dass sich in dieser Schachtel definitiv Schmuck befinden musste und Lucius sie gerade mit etwas sündhaft Teurem beschenkte. Könnte ich es annehmen und wenn ja, was würde es bedeuten? Gehörte es sich, Schmuck von seiner Affäre anzunehmen, die unter einem Dach mit ihrem Ehemann lebt und zufällig dessen Vater und der eigene Schwiegervater ist? Öffne es. Lucius' Stimme rollte samtweich über sie hinweg und Hermine konnte nicht anders, als ihre Hände nach der Samtbox auszustrecken und sie vorsichtig zu öffnen. Ihre Augen wurden groß. In der Box befand sich eine wunderschöne, feine Kette mit Zaphiren und Diamanten besetzt. Wie hypnotisiert startet sie das unbezahlbare Schmuckstück an und hatte nicht gemerkt, wie Lucius aufgestanden war und hinter sie getreten ist. Hermines Schultern versteiften sich, als sie seinen sanften Atem an der empfindlichen Stelle ihres Halses spürte. Seine Hände griffen rechts und links von ihr die Kette und legte sie ihr vorsichtig um den Hals. Sofort spürte Hermine eine starke Magie von der Kette durch ihren Körper pulsieren, konnte sie aber weder als dunkel noch als harmlos einstufen. Die Magie schien ihre zu umschließen und sich über sie wie ein Schutzschild zu legen. Hermine fühlte sich wohl mit dem sanften Pulsieren, beschloss aber dem selber auf den Grund zu gehen und Lucius später danach zu fragen. Seine Hände verweilten auf ihren Schultern und seine Fingerspitzen begannen sanft über ihr Dekolleté zu tanzen. Die berührte Haut stand in Flammen und Hermine ließ ihre Augen zufallen und lehnte ihren Kopf nach hinten an Lucius Schulter. Weiche Lippen legten sich auf ihren Hals und sie beugte ihren Kopf zur Seite, um ihm Zugang zu gewähren. Lange, schlanke Finger legten sich auf ihre linke Brust und knitteten sie sanft. Hermine entwich ein unkontrolliertes Stöhnen, was Lucius nur noch weiter antrieb. Ihre Träger verrutschten und entblößten ihre obere Hälfte ihrer Aureolen. Lucius packte sie fest und apparierte mit ihr in sein Schlafzimmer. Hermine stolperte, wurde aber von zwei starken Armen gepackt und an eine stahlharte Brust gezogen. Lucius fiel über sie her und küsste sie verlangend. Seine Hände waren überall und sie fragte sich, woher dieses bezitzergreifende Verhalten kam. Ihr kam es vor, als würde er ihr damit etwas demonstrieren wollen, aber Hermine wusste nicht, was sie davon halten sollte und eigentlich wollte sie darüber jetzt nicht nachdenken und nur den Augenblick genießen. genießen.